weißt du was ich jetzt mache wir haben fast vier komplette steaks verrottetes fleisch werde ich jetzt einmal nehmen die lava werfen hier oder brauchst du das für irgendwas tauschen mit den alles klar haben sie weggeworfen jetzt ehrlich wir kriegen nicht so schnell wieder kann sein weiß ich nicht schnee im sommer wird mich wundern in deutschland weil wollte jetzt sehr genau jetzt weiß ich was ich machen wollte und irgendwo hier hatte ich doch wasser einmal gesehen mit wasser drin damit wasser drinnen weiß ich nicht aber auf jeden fall in der erzkiste sind ach ich hab schon gefunden minion so ich zeige euch einen mit lava einen mit wasser wenn ich gleich schrei weiß ich bescheid falschen einmal genutzt das ist absolut korrekt so ach fuck ich hab jetzt natürlich die komplette steine hier weggepackt im übrigen holztür ja ne ja sehr eisen sieht immer so und außerdem brauchst du einen schalter dann mach ich direkt eine eichelholztür eichelholz ja eichelholz und steine wollte ich mitnehmen davon nehme ich nur welche mit treppen kann ich auch mal mit gebrauchen äh und ein bisschen granit wollte ich mit oder granit ach ich nehme auch granit mit schauen wie das aussieht aber ich glaube das wird zu viel granit ich dachte schon aber was stehst du hier neben mir war ein zombie ach danke ja im augenwinkel habe ich nur gesehen aber es steht einer ich hab hunger im übrigen ja ja so ehrlich ja ich bin ehrlich ich hab hunger ja zu mir hab jetzt keine zeit gib mir den sack ich muss klaffen weißt du was ja hier kommt bam 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 so selber schuld hier ist eigentlich ne na war nicht hier oben also der gleich schafft nur noch ein paar mal plüpp 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 ein paar mal ist gut huch das wollte ich nicht was soll wie viel denn genau 17 keine Ahnung wie viele Blöcke dort nur sind ja ich keine Ahnung wie viele Blocke dort nur sind wie viele Blocke dort sind nach 11 10 20 20 23 20 dass ich einen Lava Eimer habe mit einem Zweifeld voll machen will. Das funktioniert nicht. Das habe ich auch gemerkt. Ja, Creeper, ich kann jetzt nicht. Okay, ich habe ihn nicht angeguckt. Panik! So, dann habe ich das schon mal fertig. Komm, ja, komm. Wenn das jetzt klappen würde, wäre geil. Okay, ich muss die Lava noch mal nach draußen gehen. Andere Idee. Oh, oh. Oh, Gott, das war der falsche Eimer. Der falsche Knopf. Statt einer Treppe habe ich einfach mal einen Lava Eimer gesetzt. Und ich muss schon wieder los, Lava Eimer holen, weil ich habe jetzt einfach verschwindet. Was hat er drüber geschickt, oder? Au. Nein, ich habe ganz schnell Stein und weggebaut. Also, Hühnchen, ne? So langsam kommen wir dir näher. Ach, er muss ich gleich wieder auffüllen. Oh, Mann. Das zweite Mal hat dem Creeper nicht so gefallen, dass ich einfach nicht mehr vorbeigesprungen bin. Da ist er quasi geplatzt vor Wut. Okay, da kommen wir nicht. Wie eine Piñata. Das ist richtig. Die platzen auch immer vor Wut. Au. Na, das sieht so ein bisschen besser aus. Aber hier sieht er scheiße aus. Hm. Na ja, machst du nichts. Ich baue einfach mal den Amboss ab. Ja, ich weiß nicht wie. Mit der Spitzhacke. Er hat überlebt. Der ist jetzt in der Schmiede. Bam. Vor allem dieses Geräusch, wie du in der Amboss jetzt, ne? Pling, Pling. Und jetzt hört er ein ganz kleines Zisch, weil ich habe voll Durst. Es hörte sich eher so, und dann seht er keine Kohlensäure mehr drauf. Ist von gestern alles gut. Die gute Whisky-Coder. Steht schon seit gestern hier. Alles gut. Er muss ja atmen. Ja, aber nein. Nicht so lang. Hast du eigentlich mal das Video, was ich dir gesagt habe, mit dem Jack Septicay? Nein. Welches Video? Wo er meint, ja, nur weil ich, auch wenn ich irre bin, ich mag, also ich möchte nicht so gern trinken. So darfst du mir auch mit nicht reden. Weil er hat nämlich ein Spiel, das war halt so nach dem Motto, sieht wie ein Kacke aus. Wohl. Könnte am Ende gut sein. Das ist so, ja, so und so viele Mal wurde, weiß nicht jetzt, Feminismus gegoogelt. Wie oft wurde Olympia 2016 gegoogelt? Mehr oder weniger? Und jedes Mal, wenn er falsch schlägt, hat er sich ein Jacky gegönnt, ein Pinnchen. Voll. So, kann man auch machen. Und das sah dann ungefähr so aus. Erste Runde, sechs richtig, wo er da war, da wurde er nur überheblich. Meinte er so, genau so habe ich mir das vorgestellt und ich werde ja eh nicht so viel trinken hier. Und danach, das Höchste war eins, was er geschafft hat nur noch. Ich habe mir das nicht ganz angeguckt und, aber ich bin mal gespannt auf die fortfolgenden Videos, weil er hat gesagt, er muss danach noch aufnehmen. Und er hat sich da so eine, so diese kleinen, diese, wie so Flachmänner, die Größe. Klo. Nee, 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 nee. Größer. Wie so eine kleine Flasche in flach und ein bisschen kleiner als eine normale Flasche. Er hat auf jeden Fall mindestens, ich sage mal so, sechs Pinnchen. die, die letzten, die wurden dann nicht mehr ganz voll. Er fängt auch noch zu bescheißen, wenn er sich besäuft. Richtig, da hat er nur noch halbe genommen. Da hat er, weiß ich nicht, also über die Hälfte der Flasche, glaube ich, hat er weg, hat er sich gegönnt. Boah, halbe Flasche Jack ist schon. Jo. Aber er mag das Getränk, hat er gesagt. Sonst würde er es wahrscheinlich nicht trinken. Ja. Komm, also ich würde es wahrscheinlich auch lieber mit Tequila oder mit irgendwas anderem machen als mit dem Meister. Mit dem Granit, das sieht komisch aus, ne? Die Säule hier. Ja, generell, ich habe die Ecken vom Haupthaus mit Granit hochgezogen. Das sieht irgendwie komisch aus. Gerade zu dunkel, als er sich auch vernünftig beurteilen kann. Ich lasse ihn einfach mal dran, ich baue mal das Dach. Natürlich aus Holz. Ja, ich habe auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Nicht mehr ganz so viel Zeit. Wir sind jetzt schon bei 55 Minuten. What? Jo. Genau, 55 Minuten. Ungefähr natürlich. Ich weiß jetzt nicht genau. Ach, doch, dann nicht die Idee. Okay, ich werde wahrscheinlich doch nicht fertig. Okay. Aber die brauche ich. erstmal alles wegpacken. Im Grunde, Außenstruktur steht von der Schmiede. Ich muss halt nur noch Dach und dann ein bisschen im Inneren so rumhuseln. So, wie mache ich das Dach? Wie? Ich möchte ja gerne mal mit Nähterziegeln bauen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, innen Nähter zu heizen. Vor allem weil ich ja erstmal meine Dinge suchen muss. Ne? Brauchst du nicht. Nicht? Geht das so? Du kannst im Nasser brennen. Echt? Das geht? Meine ja. Weiß ich nicht, sieht das aus mit Nähter-Dingsbums? Ich würde es nicht zu bunt machen. Haben wir sowas schon? Ne, ne? Keine Ahnung. Ich möchte mal gerne wissen, wie das aussieht. Dunkelrot. Echt? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß, du hast ja auch gefragt. Wow. Im Übrigen, wie findest du meinen einzelnen kleinen Testbaum? Da stand ein Baum. Ja, da stand ein Baum. Okay. Boah, du als Pferd, ne ey, du brauchst keine Scheuklappen. so, Leck. Loll. Jetzt auf einmal macht er dieses Wubbel, 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 wubbel. Er hat jetzt gerade tatsächlich ein bisschen versucht. Ich hab doch gesagt, beim nächsten Mal in nähter gehen, aufpassen, da ist ein Skelepp, ne? Mhm. Hat mir gerade Hallo gesagt. Hallo. Und ist, und ist dann links ins Portal gegangen. Das heißt, es ist mittlerweile gestorben. Boah, Alter. Hat die auch Glück? Ja, die hat auch Glück. Dann baue ich mal ein bisschen Quarz ab hier. Weil ich es so finde. Boah, und willst du bei dem... Nee, da Rack. Dann fängst du an und einfach nur drrrr weg. Drrrr weg. Ja. Mit, äh, was habe ich jetzt hier drauf? Effizienz 4. Die Spitzsacke, die Diamanten. So, ich habe jetzt schon 43 Quarz. Ja, da ist echt das Gummell. Alter, wenn ich das anhört, ey. Den richtig billigen Double Rays. Schneller. Quadruple, Alter. Quadruple. Wann? Wann hat das nie auch ein Pocker? Wann ist das nicht? Quadruple ist einfach vierfach. Also ich bin ja, ich bin jetzt einmal hier kurz so beim Reden. Oh, oh. Oh, oh. Moment. Da hat er einen Block nicht geladen. Achso. Ist sehr oft bei, wenn du aufs Sauer bist. Da. Die beiden Blocker hat er nicht geladen. Fotze. Also ich habe jetzt zwei komplette Stacks Neter Rack. Ein Stack und neun Quarz. Und jetzt habe ich noch 59. 60. 61. 62. 63. 64. So. Drei Stacks mal eben. Und ein Leck. Ich nehme mal direkt das Schwert in die Hand. Du müsstest eigentlich verbrannt sein. Ach stimmt. Der hat nichts fallen gelassen. Pff. Also wie? Einfach brennen oder? Ich meine ja. Schauen wir mal erstmal. Also Fleisch einsam. Okay. Das brennt auf jeden Fall. Das brennt an die Hute. Und es kommt raus. Neter Ziegel. Und daraus kann ich die Bricks machen. Ich meine ja. Dann brenne ich dir erstmal die drei Stacks. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Sollte alles reichen. Endspurt Junge. Brauchst du im Übrigen was zu phrasen? Nö. Hör mal. Weil ich hätte im Angebot zweimal gebratenes Schweinfleisch, 30 gebratenes Hamelfleisch und insgesamt 62 Steaks. Das ist noch 38 Steaks, 6 Köln, 7 Brot. Also das ist klar. Und in der einen Kiste sind auch noch 8 Hühnchen und ja. Im Übrigen Neter Quartz wird nicht 1 zu 1 überdings, sondern 4 zu 1. 4 zu 1, ne? Genau. 4 Quartz, 1 Block. Richtig nervig. Dude, ich bin fertig. Nicht jetzt, ich komme hoch. Ja, jetzt außer Boden ausändern und sowas. Ja, das ist ja Hauptsache, der Berg ist weg. Alter, wie wir jetzt einfach mal, ich sag mal so, in 2 Stunden, 15 Minuten mehr geschafft haben, wie ganz einen anderen Rest mit dem verzauerten Scheiß. Ja. Also, ich sage mal, 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 ich sage mal